Das wollte ich unbedingt machen. Alter. Wie stark ist der? Hallo, Radetz. Hallo, liebe Zuschauer. Was geht? Wir machen heute ein... Höh? Ups, sorry. Ja, wir machen heute ein Let's Bluey und gucken, dass wir hier die Kirche mal hier so ein bisschen aufräumen. Ja, genau. Wir sind im Auftrag des Gottes unterwegs, deswegen gucken wir mal. Ja, genau, dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los, ne? Ja, genau. Haben wir hier eigentlich ein Fahrzeug? Gute Frage. Normalerweise fahren die doch immer hier rum, wie die Verrückten. Wir müssen dann irgendwie auf ne Straße... Achso, da sind wir. Warte. Der Anhalter. Ah, ja, ja. In der Nähe ist so ein Quad. Ja, ja, stimmt. Hab ich auch grad gesehen. Let's go! Radetz, was hast du denn eigentlich so für ne Ausrüstung jetzt? Also, ich hab hier halt diese Mech 10 oder was das ist. Das ist nice, nice. Dann hab ich meine, hier, warte, meine Sniper. So, was hab ich noch? Meine Schaufel. Ja, Schaufel hab ich auch als erstes aufgesammelt. Ich hab irgendwie gehört, die ist die beste Waffe, aber vielleicht hab ich mich auch verhört. Mhm, okay. Und halt so Granaten. Ja, ich glaub, das ist alles dabei. Ich wollte heute mal die Uzi ein bisschen benutzen. Mhm. Ja, ich hab hier meinen Bogen. Hey, guck mal. Und ne Pistole. Ah, genau. Zeig mal, zeig mal. Das will ich mir mal angucken. Das ist dein schöner Bogen. Cool. Da hab ich noch ne Pistole. Mhm. Diese ist standard wahrscheinlich. Ja, jetzt nix besonderes. Ich hab, ja genau, ich hab nicht viel gespielt. Ich hab nur kurz angetestet. Das ist auch ne Schaufel. Okay. Ich denk mal, wir werden heute was finden. Das Ding soll man aufmachen anscheinend, ne? Ja. Ja, genau. An der Seite. Oh, ne Leiche. Scheiße. Ich weiß nicht, dass ich auf sie aufpasste. Ihr Dad ist wirklich der Sekte beigetreten. Sie fühlt sich nicht mehr sicher und wir wollen euch nicht in Gefahr bringen. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Ich wollte mir Garretts Truck ausleihen, aber am Silver Lake wimmelt es nur so von Peggys. Wir haben im Wald einen festgefahrenen Erntetruck der Sekte gefunden. Okay. Und Peggys. Hört sich mal so Peggy 16 an. Ja, genau. Ja, genau. Was ist das? Ach, das ist leider nicht. Ich hab hier so ne Weste gefunden. Ne Schutzweste. Mama, bitte sag Papa nichts. Ich verstehe nicht, wie er auf diesen arschgesichtigen Vater-Josef hören kann. Schließt er sich jetzt diesen Erntegruppen an, um was zu tun, gegen unsere Nachbarn zu kämpfen? Jack und ich sind in dieser Ranger-Station, wo er letztes Jahr gearbeitet hat. Uns geht's gut. Wir werden abhauen und heiraten und ein echtes Leben beginnen. Okay. Süß. Süß, süß, süß. Sonst gab's hier nix. Ah, hier, guck mal. Baseballschläger. Ich weiß nicht. Ich hab meine Schaufel. Ich bin zufrieden. Ich glaub, ich nehm einen Baseballschläger. Juhu. Ah, das ist ein Metall. Aus Metall, ne? Ja. Okay. Also ich wollte heute mit meinem Bogen ein bisschen jagen. Ein bisschen Bogenkills sammeln. Okay. Ah, warte mal. Hier, guck mal. Wir sind schon da vorbeigelaufen. Und irgendwelche Viecher rum. What? Ich weiß nicht. Kann man so? Willst du fahren oder soll ich fahren? Ich weiß, dass du der bessere Fahrer bist. Deswegen darfst du euch fahren. Ich fahr jetzt vorbeigelaufen. Ist okay. Was ich noch? Ich guck mal eben auf die Karte, wo wir hin können. Also wir können auf dem Weg zu der Hauptmission, können wir noch bei Merl Bricks vorbeifahren. Merl Bricks. Und zwar ein bisschen sauber machen. Ja, gerne. Also. Hauptsache was abballern. Und Loot. Oh ja. Ja, das fahren mit dem... Oh! Ist nicht so einfach, ne? Ist nicht so einfach, das stimmt. Okay. Aber okay. Hinter uns ist so ein Truck. Aber ich glaube, das ist ein Zivilist. Fade Seeds Region. Hier kann man irgendwo ein Puma kriegen, wa? Oh oh. Truck. Nein, nein. Nicht. Nicht uns verfolgen. Aber in diesen... Hallo. Scheiße. Ey guck mal, hier steht einer. Hä? Zivilisten. Boah, ich wollte die schon wieder fahren. Ey Bär. Aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Ja, wir können gleich so genug kämpfen. Also hier kann man irgendwo ein Puma freischalten, ne? Das wollte ich unbedingt machen. Natürlich haben die uns entdeckt, ne? Das war doch so klar. Warte, ich kann die mit dem Bogen vielleicht. Die ballern schon auf uns, ne? Sollen wir... Ah, da kommen sie. Kann ich überhaupt jemanden treffen? Irgendwie treffe ich gerade gar nichts mit meinem Bogen. Oh, scheiße, ich bin echt tot. Okay, ich habe eine mit Bogen erwischt. Oh, fuck. Ich muss kurz abhauen. Hä? Die haben mich gleich getötet. Ich auch. Ah, okay, einer. Scheiße. Oh, scheiße, da kommt ein Auto. Wow. Oh. Ich habe den am Maschinengewehr erwischt. Ich habe eine Granate hingeschmissen. Der. Ey, einer lebt sogar noch. Ach du Scheiße. So. Ich glaube, wir haben schon einige hier gekillt, oder? Ich glaube, die Zivilisten sind auch tot. Ah, ne, doch nicht. Einer lebt noch. Scheiße, der Waldbrenner. Einer ist tot. Kann man das löschen? Nein. Kannst du mich retten? Ja, wo bist du? Ah, ja, ich sehe dich. Was ist passiert? Bist du verbrannt, oder was? Ja, ich bin irgendwie ins Feuer gelaufen. Oh, oh, dann darf ich jetzt nicht ins Feuer laufen. Aber du warst doch voll weit weg. Ja, komisch. Oh, danke. Bitte sehr. Ich muss eben gucken, ob ich jetzt die Kills mit Pistole abgeschlossen habe. Wo das Feuer ist, wollte ich noch eben die Leichen looten, weißt du? Ja, sicher. Ja, hier ist... Nein. Nein, ich habe meine Waffe verloren. Kills mit Schrotflinten... Egal, ich nehme jetzt einfach mal die. Blizzöl. Ah, hier ist ein Reh. Ich glaube, ich habe das geschafft. Oh, da ist Hirsch. Ich habe Hirschhaut bekommen. Cool. Okay, dann kann ich eine andere Waffe nehmen. Gehäutete Hirsch habe ich in so einer Mission. Moment. Ich gucke mal eben. Aber das Problem ist... Ah! Was denn? Ich glaube, ich habe drei verfügbare Punkte bekommen. Wow. Puma. Keir, keir. Wow! Wo ist der? Keine Ahnung. Der ist abgehauen. Ich glaube... Ich glaube, der ist wirklich abgehauen. Ich habe voll auf den geballert. Vielleicht habe ich... Ich war im Menü, weißt du, und dann auf einmal... Ich habe den doch gerade gesehen. Der war hier. Der ist ziemlich schnell abgehauen. Oh ja. Der war hier gerade. Puma! Ich habe... Ah, ja, ja, ich habe den... Ach, nee, nee, das sind nur... Ah, guck mal hier, da glänzt was. Hier ist eine Pflanze. Senf. Okay. Ich habe hier Senf gefunden, okay. Was zum Typ? Eine Leiche. Also was ich scheiße finde, ist, dass man so wenig Pfeile mitnimmt. Sollen wir mal hier die Station erkunden? Ich glaube, hier gibt es mehr Sachen. Ich wollte sowieso da hingehen. Also ich habe irgend so einen Typen gerade gerettet. Hat er irgendeine Mission? Warte, ich kann den anquatschen. Ja, du kannst den anquatschen. Ich nicht. Hey, das war ich. Nein, Scherz. Was ist das? Ist nichts? Todeswunsch. Schnaps habe ich geplündert. Ach so. Gibt es was zu lesen? Ah, US-Auto. Okay, also eine neue Mission. Äh, ich... Ich habe Geld. Haben wir das jetzt eigentlich hier befreit, oder? Ja, ich denke schon. So, ich brauche Funktion für meinen Bogen. Okay. Ich kann dir vielleicht Munition geben. Versuch mal. Vielleicht. Oh, erste Hilfe. Hier ist was zum Lesen. Funktion geben kannst. Hi, Karen. Die Sekte hat uns alle verängstigt. Aber wir sind immer noch nicht sicher, was wir tun sollen. Die Hecklands wollen fliehen, aber wir haben kein gutes Gefühl dabei, die anderen Zeiten im Stich zu lassen. Warte mal, ich... Warte mal, ich... Kannst du mir Munition geben? Fünf Pfeile habe ich dir jetzt. Versuch mal noch mal. Geht nicht mehr, ne? Nee, geht nicht, ne. Brauchst du noch Munition? Ich kann dir auch irgendwas geben. Ah, guck mal. Hier ist ein Pfeil. Oh, ich habe einen Pfeil aufgesammelt. Kannst du mir den nicht abgeben? Versuch mal. Nee. Geht nicht. Okay. Na egal. Fünf Pfeile, immerhin. Danke. Hier kann man ein bisschen grillen. Ich habe Schnaps gefunden. Lecker. Schnaps! Schnapp sie dir alle. Ja, ich glaube, hier ist nicht mehr viel, oder? Ich glaube nicht. Hier ist noch so ein Haus. Ey, da ist ein Typ. Der läuft gegen den Zaun. Okay. Okay. Ah! Wer hat da irgendwas mit der Frau gemacht? Hey, hallo, Partner. Moment. Hm. Ja, jetzt habe ich Pfeile bekommen. Ich glaube, du kannst die anquatschen. Vorsicht, vor dir ist einer. Ah! Ah, der hat mich niedergeschlagen. Ich habe ihn mit Bogen erwischt. Ich wollte nach... Äh, weißt du? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte doch einen Baseballschläger. Jetzt habe ich... Äh, du hast aus Versehen mit E wahrscheinlich gewechselt. Ah, ne, du hast, äh, rechte Maustaste gedrückt. Geht er in den, äh, Faust-Modus. Ich kann es auch kurz. Äh, du kannst mit dieser Frau hier reden, ne? Ja, warte. Wette-Tast. Mhm. Hallo. Was sieht aus? Genau mein Typ. Aha. Willis Huntley. Wir können sogar fliegen. Kills mit Pfeilen. Nur so 15 Leute killen. Wenn er nicht aufpasst, wird er geschnackt. Ist aber irgendwie lustig bei mir. Juhu. So, also das haben wir jetzt geschafft hier. Genau, aber ich kann hier mit dem Typen reden. Ich bin gut darin, Leute zu manipulieren. Hey, was? Die abgezogen haben. Die wussten, dass ich sie auf den Kicker hatte und dass ich mich vorbereite. Bevor das hier losging, hatten sie die ganze Stadt hinter sich. Sie kamen mit gefälschten Dokumenten und sagten, sie hätten mein Land rechtmäßig erworben. Natürlich hat mir niemand geglaubt. Ich war nur ein Diener des Teufels, der keine Kirche auf seinem Land hat. Ich bin gut. Ich bin gut. Ist da eine Kirche auf meinem Land? Nein. Wurde mein Haus voller Vorräte geplündert? Ja. Ausgequatscht. Ey, ich bin wieder durch. Das ist noch so ein Telefon. Telefon. Ausrüstung zu kaufen ist leicht. Sie richtig einzusetzen. Ich habe Dollars gefunden. Dollar, Dollar? Dollar, Dollar. Schnaps. Irgendwie finde ich überall Schnaps. Okay, hier ist noch was zum Lesen. An alle Mieter, wir wissen, dass John sich in möglicherweise bedrohlicher Art und Weise an einige von euch gewandt hat, aber das ändert nicht daran, dass die Miete nach wie vor bezahlt werden muss. Es ist nicht das erste Mal, dass die Päbis... Wow, hier draußen sind Typen. Hier sind... Wow, hier ist so ein Supertyp! Ah, ein Hund! Ach du Scheiße, ich bin gleich tot. Fuck. Vorsicht, Vorsicht, der ist vor dir. Oder vor mir. Alter. Wie stark ist der? Ah, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Okay. Ja, ich glaube, der ist tot. Ich auch. Ich habe dir jetzt mal seinen Flammenwerfer genannt. Cool. Ey, die haben mich fast umge... Alter, ein M60. Alter. Ich habe eine neue Lieblingswaffe. Geil, oh maat. Das haben wir fertig. Und? Steht... Äh, steht mir die M60? Warte. Uuuuuh. Oh, yeah. Yeah, ich bin Rambo. Kannst mich Rambo nennen. Also, wenn du einen Bogen haben willst, ne? Okay. Achso, du hast ihn jetzt weggeschmissen. Ja. Äh, nee, ich weiß nicht. Ah, irgendwie komme ich mit dem Bogen nicht klar. Ja, ich spiel... Oder? Warte mal eben. Ich guck mal eben meine Aufgaben. Nahkampfkills müsste ich noch machen. Mit MP müsste ich noch ein paar Kills machen. Okay. Ey, der hat ja 5 Dollar dabei. Gibt es irgendwas Schönes im Haus? Das sind 4. Aber ich kann gar nichts machen. Egal. Was? 7 neue Angelgebiete entdeckt. Ja, ich habe gerade so eine Karte. Oder so eine Zeitschrift. Eingesammelt. Eine Angelzeitschrift. Ah, okay. Du wolltest... Du wolltest ja mal angeln. Safe, ne? Also, leider von mir. What? Safe? Uh. Oh! Nein! Oh, da muss ich sogar husten, ey. Scheiße. Voll lachen. Alter, schön. Ey, ey, du machst dir gleich einen Waldbrand, Junge. Scheiße. Ich glaube, wir sollten mal eine Mission starten, sonst verstören wir das ganze Land hier. Oh, ja. Okay. Ey, guck mal, hier kann man so eine Box öffnen. Äh, Box. So einen Lieferwagen öffnen. So einen Anhänger. Hä? Vorhin stand hier im Hubschrauber, weißt du nicht? Ja, irgendwie ist das jetzt anders geworden. Aber irgendwie kann ich es nicht öffnen. Achso. Ich glaube nur ich kann das oder so. Truck geblindert. Was ist das denn hier? Munition? Ja, nimm du. Nimm du die Munition. Jetzt habe ich 160 Patronen. Okay, jetzt auch. Ja, natürlich. Das ist Munitionskiste, ne? Ah, okay. Pass. Okay, lass mal eine Mission starten, ey. Meine M60 möchte Ausprobiert werden. Gefüttert werden. Ja. Mann, die konnte ich hier gar nicht durch. So, uhu. Aber die Gegner waren, äh, jetzt stärker, wa? Also, guck mal, da waren nur zwei Typen, ne? Aber... Mhm. Die haben richtig Schaden gemacht. Ich bin... Ich habe fast alle meine, äh, erste Hilfesets. Verbraucht. Hier ist noch so ein Häuschen. Oh. Hier ist so eine Mac, Mac 10. Kann man aufsammeln. Hier ist was zu lesen. Hier ist was zu lesen. Ich versuche mal zu lesen. Karen and Benny. Scheiß auf John Seed. Dieser Psycho kann mich nicht einschüchtern. Wer mir helfen will, diese Absteige zu verteidigen, muss nur im Schuppen oder hinten unter den Kisten nachsehen. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Mit Liebe, Mr. Hauser Cut. Okay. Aber keine... Also, es ist keine Missionszettel. Ne, ist einfach nur so... Hier liegt noch Munition. Mac 10. Falls du Mac 10 brauchst, aber die hast du ja schon, ne? Ah, ne, hast du glaube ich get... Ja. So, was gibt es noch? Granaten habe ich gefunden. Oh, die kommen eben nicht rein. Wiedermunition. Diese kleinen Hütten hier. Okay, also ich bin voll. Aber... Ja, okay. Oh, hier gibt es echt viel zu entdecken. Okay, ich glaube, wir sollten echt mal weiter. Auf die Karte. Auf die Karte. So, ich habe mal so ein Quad markiert. Alles klar. Aber wir sollten echt mal ein Auto finden, weil irgendwie... Quad ist echt... Schwer. Ein Auto war auch in der Nähe. Ey, da ist irgendein Typ. Achso, das ist unser Typ, den wir gerettet haben. Ne, vor uns glaube ich sind ein paar Typen, oder? Wo bist du? Wo bist du? Achso, da. Hier. Ey, die ballern rum. Ja, hier. Die schießen hier. Hier ist anscheinend so eine Schlacht. Ey, cool. Ich will mitmachen. Ey, das Auto ist weg. Mann. Einen habe ich? Oder eine? Nein, ich habe mich wieder angezündet. Den zweiten? Boah, geil. Die M60 ist geil. Aha, da kommt einer. Ein Auto. Ihr Schweine. Wow. Das war knapp. Die haben mich fast überfahren. Ich bin fast tot. Wo bist du gerade jetzt? Ach, da. In der Nähe. Ey, da ist so ein Transporter. Guck mal, das Auto können wir doch nehmen, oder? Ja. Boah, geil. Die M60 geht ab. Hier ist noch diesen Zivilisten. Kann man den? Aber die kann man, man kann nicht alle Zivilisten rekrutieren irgendwie. Ne. Welches Auto nehmen wir? Den haben wir jetzt gerettet. Ja. Gerettetetetetetetetetet. Nehmen wir mal dieses blaue, oder? Können wir machen. Ja. Rock'n'Roll, Baby. Ja. Sacki, zacki. Boah, geil. Die M60 geht ab, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell kriege, ey. Ich lehne mich heraus. Ihr Schweine. Ihr kriegt mich nie. Scheiße. Mal gucken, wie lange wir hier noch überleben. Na, da geht'sım nicht. Ja. Na, da geht's. Ja. Danke.